Der Friede und die Freude Gottes sind mein, sind dein, sind unser. Geliebter Bruder, unser Vater liebt dich und so auch ich, dein Bruder. Gott segnet dich mit seiner so herrlichen, vollkommenen Liebe, die dich, uns, so heilig werden lässt. Im Lichte, dass wir uns froh und voller Liebe allen und allem zuwenden wollen. Bruder, sieh doch, du bist so geliebt, so gesegnet, so heilig und voller Licht, dass ich nur mit dir gemeinsam des Weges gehen kann, um Heilung zu erfahren und um mit dir nach Hause zu unserem lieben Vater zu kommen. Dort werden wir freudig erwartet, mit offenen Armen. Dort kehren wir ein, in den Himmel, erfüllt von Gottes unendlicher Liebe, seinem Licht, seiner Sanftheit, seinem Frieden. Ewige Ruhe und ewige Gewissheit werden uns dort zuteil und lassen uns im Geiste Gottes ewig lieben. Ich liebe dich, Bruder, hier und jetzt und danke dir so sehr für dein Sein, für dein Licht und für deine Liebe. Du bist sehr heilig. Lass uns gemeinsam still sein und auf die einzige Wahrheit hören. Amen Amen Untertitelung des ZDF, 2020